Jetzt willkommen zurück zu CODMW2 Suchen und Zerstören. Wieder zu fünft. Hallo. Mahlzeit. Diesmal mit mir und dem Lars im Team. Wir gehen übrigens, lass mich gucken. SK oder Miliz? SK oder Miliz gibt's, dann nehmen wir SK. Gut, dann geh ich gleich mal in den Miliz rein. Boah, mein Sound hat grad kurz nicht funktioniert. Ich dachte jetzt schon... Mir blieb kurz kurz noch rein. Ja, ich durfte das ausprobieren. Wir haben die Bombe. Uh, Dreierteam, das ist eine ganz andere Spielweise. Ich freu mich, ging nur von letzter Woche. Da hab ich ja mit Jan gespielt. Ja. Nein, das ist der zweite noch und ich lad nach. Ich hab den nicht gesehen. Alter. Noch hab ich nicht gesehen, wo du warst. Inkompetenz pro. Guck. Das ist der letzte Schluss jetzt. Ja, was? Wie wärst du, wenn du dir angewöhntst, wie ein richtiger Spieler zu spielen? Dann hättest du ihn ja nicht gesehen. Dann hättest du ihn gehabt. Nee, ich war ja daneben. Dann hätt ich daneben gezielt. Und dann hätt ich in dem Spiel gar kein Fall zurück. Beide Mitte! Wie ich noch gewohnt bin von TTT zu schreien, bevor ich sterbe. Nein! Einfach nur so. Dann stirbt der an den Nate nicht. Oh, behinderte Kacke. B-Lang. B-Lang war der eine. Hüt, hüt, hüt. Ich weiß die ganze Zeit, dass er rauskommt. Das waren übrigens beide gerade vorhin da, ne? Ja, ich hab's gesehen. Ähm, bei TTT musst du ja noch schweigen nach deinem Tod sofort, ne? Deswegen war ich jetzt so voll panisch. Wir beide Mitte! Sofort rausgebrüllt, ey. Wir haben's ein bisschen geschmeidiger hier. So, da ist Basti. Ein bisschen geschmeidiger, meinst du? Ja. Er ist ja quasi, was wir noch gesehen haben vom Tod, dürfen wir hier sagen. Ist ja jetzt auch nicht so weit abwegig. LOL. Die Waffe ist einfach scheiße. Entschärf, entschärf, entschärf. Alter, was ist denn schon wieder mit meinem Haus los? Ja, hätt ich. Er wollte trotzdem nicht. Geh mal weg. Das passt dann doch. Geh mal weg. Wir haben die Runde verloren, aber es ist noch nicht vorbei. Die Waffe ist scheiße, aber ich hab Erfolg damit. Ich möchte, dass Basti nachher 0-0 steht und einfach 500 Punkte hat oder so. Auch wenn die knappe Kacke ist, never touch the run down system, ne? Besser wäre, never touch the run down system. Naja, ist aber nicht der run down system. Ah, ja. Sollte mal... In der Rakete. Oh, leu. Das hab ich nicht gesehen von... Basti! Du bist der Letzte. Ja, bring die Mission zu Ende. Dann und wann? Hm. Das passt dir alles klar. Ja. Du, ey. Mann, wenn man immer auf Clowns schießen will und sowas auf dieser Karte, das ist... Du bist so paranoid, ey. Das ist mega krank. Hauptsache, Basti hat Martyrium als... Oh. Berückter und Martyrium als... ... Titel? Kann ich... Hast du Merteurer dran? Ne, aber als T-Tel. Als Emblem. Achso, als Emblem. Ja, okay. Verrückter. Verrückter, ja, das hab ich mitbekommen, was er... Hm. Ich bin defensiv. Versuch noch mal einen absetzen. Ne, gerne. Also, soviel haben wir nicht. Der Jan hat die Bombe. Achso, hast du überhaupt noch nachgeguckt, oder was? Ja, okay. Dass Jan jetzt mittlerweile jetzt die Bombe hat, ist mir auch schon fast klar. Mhm. Ja, du findest. Die Zeit wird knapp! Ja. Die müsste er sich in der Zeit geholt haben. Bumm! 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 Ja, Fick! Bumm! Bumm! Oh, Scheiß! Ist mir so klar. So Jan, da sind unsere berühmt-richtigten drei. Jetzt... Ne? Hast du auf zwölf umgestellt? Nein! Fuck you, Josh! Oh, Josh! Was kannst du eigentlich in deinem... Hältest du dich bitte einmal selber? Fick dir mal bitte ne Nate vor die Füße, das ist deine gerechte Strafe. Jaaa, danke. Na ficken. Na von hinten. So, warum hat Josh dich jetzt selber umgebracht? Weil ich auch Strafe, weil ich die acht jetzt noch nicht umgestellt habe auf zwölf. Ja, ja, aber warum hast du jetzt dafür mein Team geschwächt? Na, das funktioniert, oder? Weil's ja doch reicht. Also, ja. Wenn wir trotzdem draußen steht, ist außen drin. Weißt du, ich bin Supporter. Die mit mir spielen, die sind einfach gut, weißt du? Danke. Wo kommt die denn her, ey? Von... Oh, diese Anfangsnade, das ist so wurstig, ne? Ja, stell dich einfach nicht dahin, da wirst du nicht getroffen. Dann schmeiß die da einfach nicht. Natürlich schmeiß ich die, wenn ich glaube, ich krieg damit nen Kill. Nein! Josh bei B lang getroffen, äh bei B Spot getroffen. B Spot Bombe. Ah, okay. Das hätte ich nicht gesehen. Noch so wie random killen bei TTT. Hätte ich nicht. Hätte ich nicht. Hätte ich da oben nicht gesehen. Ich würd jetzt nicht sagen, wo du bist, weiß ich. Loll. Oh, ein Hit, 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 Hit. Oh, er steht auch mal. Aber kein Hitmarker. Ich bin ja eigentlich sonst nicht gewohnt, so Runden aufzumachen, dann denke ich erst recht mich hier nicht so an diese Kacke. Nein, 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 nein. Nein! Ah, der Messer ist vorbei, ey! Bombe auf meiner Position. Ja, schön. Achso, ich bin beim Clown gestorben. Neben der Zunge. Von dem, von dem Funhaus. Schön, aber jetzt wo gesagt wurde, dass da die Bombe liegt, ne? Wolltest du uns halt auch noch mal sagen. Achso, ja, stimmt. Da bist du, Lukas? Da bist du. Weil in dieser Aussage, ich bin beim Clown gestorben, ne? Wie gesagt, hatte. Okay, okay, ja, ist okay. Ich kann dir Fünf nennen, mindestens. Ich kann dir ne Horde Clowns in dem Clown da oben. Ja, ne, ne Horde Clowns in dem Clown nennen, was? Da ist, da ist der Fredo, der Lars, der Jan, der Basti, der Luke, oh, was? Jo spielt übrigens auch mit als Clown. Jo auch? Marcel auch? Bestimmt, ja. Vielleicht aber auch Chris. Chris auch, und der Kay, und... Ja, ja, hättest du gerne... Und es gibt zwei von Jan. Ja, ja, kommst du? Kommst du? Ah, traust dich nicht. Oh my god. Ah, das warst du. Warum tust du sowas? Weiß ich nicht. Weil ich mir was Neues gesucht habe. Lukas, wenn du das schaffst, das wäre... Wahrscheinlich nicht. Lol. Da hat er den ersten. Der war auf der Rutsche. Na, Lukas! Gerade am Nachladen! Ich hab's schon drauf gedrückt! Ich hab' auch gezielt und alles! Ja, du warst noch im Nachladen so gerade eben. Ja, ich hab' gerade das Magnet angesteckt. Ja, ich hab' gerade das Magnet angesteckt. Lol. Irgendwer von denen hat... Ah, ah, raus. Ah. Warum läuft das bei mir hier gerade nicht? Letzte Woche lieb so toll! Letztes Game. Ja, Alter, letzte Woche. Für die Zuschauer, nicht für dich. Ja, die... Lol, ist oben, bitte oben, bitte oben. Es ist eigentlich immer so leicht, Leute. So an einer Mieterweise. Aber ohne Scheiß, Jan, die MP5-Lade auch ewig nach unten. Der muss ja nur so viel kacktes Magal reinstecken. Ja, inwiefern ist das auch nicht so premium. Ich spiel' sie mehr, weil ich sie eigentlich ganz persönlich gerne mache. Aber so von... Ich spiel' sie, obwohl ich sie persönlich nicht mag. Lukas, links, links, links! Lukas, links! Was ist denn da? Ich weiß gar nicht, woran er redet. Alter, wer, wer, wer macht hier den Spammer gerade? Oder wird's so gespampt? Ich werde so gespampt. Warum kann man sowas vor der Aufnahme nicht ausmachen? Lukas wird so gespampt. Bitte, bitte, guck mal bei meinem Kanal vorbei. Hey, ich bin Randolfo LP. Randolfo LP? LP LP LP? H-80p. war das basti nein wenn dann bin ich hinterher gedackelt ich sollte aufhören den runner zu spielen das läuft auf dieser karte nicht ganz so toll wie auf ding es hat jetzt kannst du richtig geil waschen aber auch schön am karussell warum schließlich das in die jungen die kommen die ich mir nicht wissen was der regelstürme die waren da das war ein bisschen und ich habe mich über die karte durch fünf ecken den kopf gesehen aber drauf gesessen weiß ich will ich ja steht zwei schüssen die städte ein schwebdienst geht das ist ja das kann wir haben wir schon einfach geschafft da und aber das kostet meistens zu mach klar dann fahre ich hier die hände Uliosch, Aussage noch mal auszulassen, in der Nähe vom Clown. Oben in dem Gebäude. Nein, der war auch mitte oben. Mitte oben, was ist für euch bitte mitte oben? Ja, in dem mittleren Gebäude oben. Gibt nur ein mittleres Gebäude. Ach, da muss er noch alleine gegen Jan, natürlich. Ja, sorry. Wir haben deine Chance mal zu glänzen. Halt die... Was ist los mit dich? Ich komme nicht auf die Eier. Ich aber. Bei irgendwem hört man zwischendurch immer wieder das Piepen doppelt. Ich würde mal sagen, ich höre ein ganz normales Echo. Ich habe es erstens versucht. Ah, die sind es natürlich... Ah, da siehst du den Afro-Amerikaner sterben. Eigentlich die komische... Das sieht ja eigentlich noch ganz schön ganz aus. Woher willst du wissen, dass das ein Afro-Amerikaner ist, Josh? Ich wollte eigentlich der Kerl mit einem komischen Haar sagen. Also Afro... Afro und dann halt... Ich glaube auch eher Afro-Afrikaner oder Südamerikaner. Nein, natürlich, ich sehe dich nicht! Ach, da oben. Okay. Da sehe ich dich natürlich auch nicht. Also ich bin beim... Äh... War ganz hinten. Na, also... Warte, ich bin bei Achterbahn. Achterbahn bin ich. Keine Ahnung. Ich traue mich auch gerade nicht zu gucken, ehrlich gesagt. Ja, ist in Ordnung. Ja, hatte er. Das heißt, die liegt auf B lang? Ja. Hört sich gut an. Schön! Ich hab den nicht drauf gewasen. Beziehungsweise ich hab mir so gedacht... Hast du den vorher denn schon gesehen? Der war hinten da. Also nicht... Ja, ich hab... Achso, Lukas meinst du? Lukas jetzt, ja. Nee. Weil vorher hab ich mich einmal bei dir gesehen und dachte, du hättest den. Ich dachte erst, es wäre ein Kopf und dann hat die was anderes bewegt. Dann dachte ich, okay, dann war da das andere, was? Basti noch da? Ja, Basti ist noch da. Basti, mach mal. Lamba, zamba. Was ich darf doch sagen, woher ist, wenn sie es... Nein, in der Burg oben. Nein, beim Autoscooter. Witzig, verarschend! Aber es ist noch nicht. Töbel! Da aber auch, glaub ich, es kriegt die ersten zwei Schüsse gesetzen nach. Basti? Mit... Alter, mit Schalter. Wo sind meine Schüsse bitte hingegangen? Ich hab genau da reingeballert. Oh, Jan, jetzt darfst du langsam warm werden. Ja, es geht nicht, wenn ich dann immer eins gegen drei oder eins gegen zwei stehe. Ich kann auf der Map nicht defensiv spielen. Und wäre bis dahin zu offensiv in der Map. Ich hab' schön gesessen, Jan. Danke. Einer unten drin. Ja, der kommt hoch! Da konnte ich nix mehr dran machen. Da war der schon im Nachladen. So. Lol. Oh, hinter dieser scheiß Maschine. Oh, da war so noch... Ja, aber die war nach Abschuss geworfen. Also bei Abschuss geworfen. So, dann ist das jetzt, glaub ich, der Zwischenrundensieg. Wir sind die Besten. Das höre ich doch gerne. Wir sind natürlich die Besten. So, 8-3. Wir merken uns das mal. feel... So, 3-4. So, dot 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 dot... Spielsetup. Jetzt muss ich schon wieder umstellen. Nimm ich auch 4. Statt ich das mal irgendwo mal auf 12 hinbekrechen. Jetzt geht's weiter. Cool, total jemals hier! Ich habe auch nur bis 8 zählen gelernt und nicht bis 12. Weißt du, für 12 reichen meine Hände einfach nicht aus. Und sonst kann der Joschi nur bis 1 Mio. Jan, was wart ihr? Bis 1 Mio. Wir waren SK. Okay, das heißt, wir waren Billets. Was spielen wir denn mal? Ich glaube, das war ganz cool. Wie ich den Ebenen gespielt habe ich immer noch die... Oh, da kann man nicht durchlaufen. Und lass uns alle drei diese Frage stellen, was hatten wir denn? Den 5K gespielt. Das genau, was ich gerade hatte. Oh, ich angesehen! Das ist Megawitter! Arschgewitter Scheiß, ich bin im Chat. Aber es war sogar richtig. Megawitzig. Wer verblendet keiner! Wer verblendet keiner! Ernsthaft? Oh, yeah! Der guckt genau in die über die Ecke. Als hättest du ein Wallhack an. Das sah so krass aus, ne? Ey, ich hab vorne kurz abgesichert. Lass der andere. Die wurden die Runde verloren. Vorne kurz abgesichert. Guckst du mal nach links. Guckst du mal nach links. Kurz gewartet. Na, wann nicht mal mehr gewartet? Du hast direkt geschossen. Selbst in der Abschlusskirche. Sobald du ganz links gezogen hattest, war direkt tot. Das Ziel zerstört. Deswegen sah das so krass aus. Hättest du jetzt noch ne Weile da hingeguckt. Hättest du jetzt noch ne Weile da hingeguckt. Hättest du was anderes gewesen. Jaaa! Ne random mailt! Wow! Awesome shit is awesome! Deswegen läuft man da nicht her. Wir haben die Bombe! Oh, eins gegen... Eins gegen drei. Ja. Beim Klauen, beim Klauen, beim Klauen, beim Klauen, 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 Klauen. Willst du mich verarschen? Nein! Hätt ich das nicht mal ansatz... Auf den verkackten Klauen! Ja, okay. Das bringt dich bitte. Ja, vor allem bei mir gingen die Schüsse alle vorbei. Ja, okay. Ein Headder danach sollen, ne? Ja, selbst wenn MP5K Vollmeisterbeschosse Feuerkraft reicht nicht mit einem Schuss. Ja, die Bombe! Dachte ich auch immer, bis mich mal einer so erschaffen hat. Oh, ich sehe sie von mir vor allem. 1,1 Lars? Was? Hateback. Und so. Ja. Natürlich. Basti, Basti macht den Lars. Sehr schön. Ja, bei einer Mitte. Ja, macht den Basti. Basti spricht mit uns. Ja. In der Mitte ziemlich genau. Wo ist sie denn? Ernsthaft? Alter! Ja, sie hätte mich nicht mehr treffen sollen. Selbst in der Abschlusskämpfung konntest du meinen Körper nicht sehen. Alter, du siehst die Explosion und siehst, wo du siehst. Allerdings hab ich wirklich, ich hab die wirklich zum Spot hin offen sehen. Weil... Ja, das mag ja sein. Der Rauch war schon längst auch wieder weg. Aber das Problem, was ich jetzt hatte, war, dass die Grenade eigentlich komplett durch den Spot selber verdeckt war. Gut, du weißt ja aber wie es ist, die Grenade erzeugt ja auch mehrere Projektierungen und die Bombe ist nicht mehr. Äh, normalerweise kannst du sie nicht und das ist total sinnvoll. Du kannst dich immer auf den anderen Seite des Spots legen, um die Bombe zu entgehen. Alter! Ja, Alter! Lol, warum triffst du denn auch den... Lol, weil die hab ich nicht mal geschossen in der Abschlusskämpfung, der war im Clowns Mund. Alter, hab ich mich erschrocken, ey. Alter, die Map ist für 3 gegen 2 aber nicht so gut geeignet. Na klar, ich fall runter und werd' beschossen von... von... der Achterbahn. Schützt euch von der Achterbahn. Da hast du euch runtergesprungen, der braucht jetzt noch nicht. Hat der jetzt irgendwer ins Nichts geschossen? Basti. Wenn dann war's Basti. Danke. War ich auch, aber... Die Bombe wurde platziert. Zu viel. Ja, ein Sieg wird ein 3 gegen 1 durchbringen. Danke. Letzter Schuss. Letzter Schuss. Sorry, aber... Letzter Schuss. Ach du, warte. Wieder nicht gezielt, also... Ja, da... Geht doch! Nein, 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 nein. Du bist einfach No-Skill. Tut mir leid, aber es kann nicht. So kann ich nicht zielen. Natürlich kann zum Sprung zielen. Meiner kann das nicht. Meiner macht so Sachen nicht. Okay. Danke fürs Zuschauen von dieser Woche. Und bis zur nächsten Woche, wenn ihr ne THD guckt. Und wenn ihr was anderes guckt, dann guckt vor was anderes vorbei. Und wir freuen uns noch allen. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.